Tom Neuwirth sprach bei Stöckel über sein neues Programm und die Herausforderungen des Künstlerlebens, das er als großes Privileg sieht. Tom Neuwirth, vielen besser bekannt als Conchita Wurst, 35, war am Donnerstag bei Stöckel zu Gast, um über sein neues Bühnenprogramm Darfs Abyssal mehr sein? zu sprechen. Gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Martin Zerzer, 34, mit dem er bereits bei Starmania auf der Bühne stand, hat er das Varieté-Programm ins Leben gerufen. In der Sendung plauderten die beiden darüber, wie sie nun Lieder singen, die sie früher noch uncool fanden, wie etwa Schlagerklassiker, die sie in ihrer Kindheit im Radio gehört hatten. Es ging aber auch um den steinigen Weg als Künstler. Obwohl viele Conchitas Karriere mit dem Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 verbinden, wird in der Sendung einmal mehr klar, dass Neuwirth-Zweck zur Musikkarriere keineswegs einfach war. Bereits vor dem ESC versuchte er sein Glück bei Starmania und die große Chance, um sich den Traum vom Leben auf der Bühne zu erfüllen. Auch Opernsängerin Ildiko Raimondi, 61, die ebenfalls bei Stöckel zu Gast war, sprach über die Herausforderungen, die Künstler in Österreich meistern müssen, und wies auf die oft prekäre finanzielle Lage hin. Es wurden Statistiken gemacht, welche Berufsgruppen am besten verdienen und welche am schlechtesten. Und die Künstler sind ganz am Ende. Die Künstler sind auch die, die unglaublich gerne arbeiten, ohne nach Lohn zu fragen, weil wir Besessene sind. Weil wir leidenschaftliche Geschöpfe sind und deswegen rutschen wir auch sehr leicht in Armut, erklärt sie weiter. Neuwirth stimmte mit Nicken zu. Barbara Stöckel, 61, fiel das auf, woraufhin sie sagte, der Tom nickt, ich hoffe doch, dass du mittlerweile nicht nur berühmt, sondern auch reich bist. Der 35-Jährige gestand, dass auch er Phasen durchlebt habe, in denen er seine Leidenschaft ohne große finanzielle Absicherung ausübte. Natürlich habe ich oft genug gesungen, weil ich wollte oder mich aufgedrängt habe. Und die hätten wahrscheinlich gezahlt, damit ich es nicht tue, erklärte er humorvoll. Trotzdem sei es für ihn heute ein großes Privileg, dass er seinen Lebensunterhalt mit der Musik bestreiten könne.